So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, bzw. wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn wir befinden uns immer noch, es ist Montag, im großen Samyang Nudeltast. Dafür haben wir hier diese richtig fette, große Box gehabt, die ich jedes Mal raushole am Montag und euch gezeigt habe vom Samyang Bulldog Nudeltast. Wir haben schon alles gehabt. Wir hatten die Curry Nudeln, wir hatten die Light Version, wir hatten Kimchi, wir hatten Tomato Pasta, wir hatten Cheese, wir hatten Carbonara, wir hatten Yiyang. Eigentlich fehlt noch, nochmal Too Spicy und die Schwarzen. Die Schwarzen werden wahrscheinlich die theoretisch ganz normalen sein und Too Spicy dann die doppelt so scharfen, während alle anderen ja hier einen zusätzlichen Namen haben. Und beim letzten Mal hatten wir eine ganz besondere Sorte und das waren die hier, Samyang Stew Type. Jetzt hatte mir im Stream schon einer gesagt, Stew Type müsste ein Topf sein. Ich habe mir dann mal hinten durchgelesen, wie man das Ganze macht und es war wirklich ganz besonders. Ich mache die Samyang Nudeln zwar komplett alle falsch jedes Mal, aber Stew Type war so anders, da du eine Unmenge Wasser genommen hast, hast da den Soßenbeutel rein und hast diesen soziierten Wassertopf aufgekocht und da die Nudeln dann drüber. Das heißt, du hast wirklich einen Eintopf gemacht. Das war nicht einfach, du kochst Wasser, machst die Nudeln in dem Wasser, gießt die dann ab und machst über die Nudeln die Soße. Nein, du hast das Wasser mit dem Soßenbeutel zuerst vermischt und hast das dann aufgekocht und in diesen dann die Nudeln und das Ganze dann im Prinzip so gelassen mit der ganzen Brühe, mit den ganzen Nudeln, mit dem Zeugs drin, als hättest du wirklich eine Suppe. Was ich im Endeffekt nicht so cool fand, weil ich bin ja eher der Fan von dicken, fetten Nudeln im Gesicht und einer fetten Soße, die an den Nudeln haftet, was richtig schön bissig ist. Ich mag keine Nudelsuppen, das ist mir alles zu flutschig, das geht überall hin. Jetzt habe ich gesehen, ich habe da hinten aber noch eine Packung gehabt, Stew Type. Und da habe ich schon gedacht, bevor wir weitergehen mit dem Schwarzen und mit dem Too Spicy, Ich mache nochmal den Versuch mit Stew Type, aber werde es nicht als Stew Type anrichten. Ich werde es genauso machen, wie ich alle anderen gemacht habe. Ich werde ganz normal die Nudeln kochen und werde dann den Soßenbeutel einfach auf die Nudeln knallen und das Pulver drauf und das dann eben essen als richtig schöne Pasta, aber eben nicht als Nudelsuppe. Bin mal gespannt, wie das schmeckt, ob man das so essen kann oder ob das der größte Fehler ist, den man machen kann. Jetzt muss ich nur das Ding hier aufreißen. Das Lustige ist, normalerweise sind die Samyang-Dinger eigentlich immer so rechteckig, also das sind so richtig schöne Quadrate, aber beim Stew Type habt ihr hier sozusagen eine runde Nudelscheibe drin gehabt. Und die werden wir jetzt aufkochen und da werden wir dann die Soße und den Beutel mit diesem komischen Pulver drauf machen und werden das Essen bissfest mit Garde ohne Soße gucken, ob man den Stew Type einfach auch ganz normal machen kann. So, die Nudeln sind jetzt also fertig und ich muss jetzt schon sagen, dass die irgendwie anders aussehen, anders wirken, ganz anders zusammengestellt sind als alle anderen. Da das so ein komisches Netz war, die sehen irgendwie so, weiß ich nicht, die sehen irgendwie, die haben so eine Spätzle-Konsistenz. Die sehen irgendwie so, die sehen halt anders aus. Ihr müsstet das direkt sehen aus meiner Perspektive, irgendwie ist auch alles komisch zerfallen. Das andere war einfach ganz anders. Ich kann es nicht beschreiben. Das sieht irgendwie auch weniger aus, als sonst, wenn du so eine Packung aufmachst. Jetzt nehmen wir, wie gesagt, hier diese Soße, die ich ja sonst drüber mache, beim Stew Type normalerweise direkt, aber mit dem Wasser gekocht wird, dass ihr wie eine Suppe habt. Wir tun das aber jetzt einfach so mal da drauf, wenn wir es irgendwann hinkriegen, das aufzumachen. So, Soße drauf. Sieht wieder, es ist wieder wie so, wie Pflaumenmus einfach nur da drauf gemacht. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Es dampft natürlich noch wie Sau, es ist jetzt mega heiß. Man merkt, ich bin immer noch extrem erkältet auch. Ich höre mich die ganze Zeit selber kaum. Meine Ohren sind auch taub. Fühlt sich alles anders an. Und ich glaube, durch so eine schöne Samyang-Pulle wird das alles wieder ein bisschen befreit. Jetzt haben wir hier die Soße drauf, die wirklich einfach aussieht wie Mousse. Packen dazu das hier drauf, wo ich gar nicht weiß, was das sein soll. Aber das packst du ja normal am Ende auch hin als Zugabe. Das ist ja nichts, was jetzt in das Kochwasser mit rein kam. Das wurde ja beim letzten Mal auch dann einfach zwischendurch drauf. Riecht auf jeden Fall auch mega scharf. Das weiße Pulver schmeißen wir jetzt auch mit hier drauf. Ungefähr so. So, da ist auch noch lauter Gemüse mit drin. Oha. Jetzt guckt euch das nochmal an. Mit dem ganzen Gemüsestreifen dabei. Jetzt müssen wir alles noch rummachen. Müssen wir das noch schön hier verteilen. Dass der ganze Della zugesuppt ist, voll gesaut. Die Nice war jetzt mittlerweile auch da. Wir haben uns da auch überlegt, wir wollten eigentlich ein Video machen, dass wir vielleicht irgendeinen Samyang-Nudelwett-Essen machen. Auf Masse oder auf Zeit oder auf irgendwas. Ich hatte da extra nochmal zwei Fünfer-Packs Too Spicy bestellt. Zwei Fünfer-Packs mit Cheese und zwei Fünfer-Packs von dem, äh, von diesem Hiya-Yi-Yang oder so. Weil ich das auch richtig genial fand. Er hat jetzt halt seine drei Fünfer-Packs mitgenommen. Hat hier aber ein paar immer gegessen. Fanden die auch alle ultra nice. Wir haben leider kein Video aufgenommen. Das hat irgendwie zeitlich alles nicht gepasst. Die Zeit war viel zu kurz. Ist alles viel zu schnell vergangen. Das sieht auf jeden Fall aber richtig herrlich aus. Wenn ich an den komischen Suppeneindopf vom letzten Mal denke. Und sehe dann sowas hier. Dann ist das eben genau meins. Richtig fett Nudeln mit richtig fett Soße dran. Mit irgendwelchen anderen Zeugs. Mit einer Schärfe dabei. Mit allem hin und her. Das muss so aussehen. Das ist genau das, was ich liebe. Und nicht, dass die Nudeln da drin schwimmen. Und wenn du die Nudeln rausnimmst, da einfach gar nichts dran ist. Weil das halt einfach abperlt. Hier, die sind schön in der Soße eingelegt. Das haftet alles. Das sieht richtig genial aus. Gleichzeitig ist es auch noch super heiß. Wahrscheinlich verbrenne ich mir jetzt die ganze Schnauze. So, wir probieren jetzt einfach mal. Boah, das riecht schon so brutal. Ich hoffe, man kann das so einfach essen. Das hat irgendwie eine ganz chemische Note dabei. Vielleicht das weiße Pulver. Keine Ahnung. Oder war das letztens doch mit dem Wasser? Ich denke, man musste das am Ende mit drauf machen. Und das hat sich dann aufgelöst. So passt das trotzdem. Schön Nudeln zum drauf rumbeißen. Schön Soße dabei. Also, Stew-Type, egal. Auch wenn das ein Einlauf sein soll. Man das anders zubereiten soll. Ich würde es auf jeden Fall, wenn ich es wieder esse, so essen. Ich werde alle Bulldog-Rahmen-Sorten immer so essen. So finde ich die richtig genial. Habt ihr schon mal Stew-Type probiert? Habt ihr euch beim letzten Mal, glaub ich, schon gefragt. Und zwei Dinge stehen noch aus. Die müssen wir auch noch testen. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und dann hab ich auch noch ein ganz besonderes Ende-Experiment mit euch vor. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Die Schärfe ist auf jeden Fall gut. Und merkst du, dass du noch lebst. Das zieht ihr überall durch. Das macht ihr alles frei. Also bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhauen. Euer Ramses. Euer Ramses.